Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich so ein SAT-Kabel verlängern und somit auch mit einer Antennenkuppel hier fachgerecht verbinden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötige ich zwei Enden von den jeweiligen Koaxialkabeln, zwei solche F-Stecker hier, die wo anschließend dann natürlich darauf kommen und einen speziellen Verbinder dafür. Danach habe ich bei meinem Kabel schon mal 7mm und anschließend 5mm weiter das Ganze angezeichnet und ich benötige nun ein spezielles Abmantelwerkzeug. Im Notfall wird natürlich auch ein Cuttermesser gehen, doch dieses ist auf jeden Fall immer zu bevorzugen. Hier habe ich jetzt nämlich eine Seite, wo die Klingen etwas näher beieinander sind und auf der anderen Seite sind die Klingen etwas weiter auseinander. Und ich benötige jetzt erstmal die Seite, wo die Klingen näher beieinander sind und kann nämlich auch schon meine 7mm hier ganz einfach abmanteln, dass am Ende auch nur noch hier innen drin der Leiter zu sehen ist. Wenn das passt, kann ich meinen Abmantler mal umdrehen, dass die Klingen jetzt weiter entfernt sind. Und nun kann ich das Ganze nämlich auch schon bei meinen 5mm hier ansetzen. Dann einmal leicht zusammendrücken und auch ganz leicht nur hier außen rumdrehen, so dass am Ende wirklich hier außen das Schirmgeflecht noch gut zu erkennen ist. Im nächsten Schritt geht es darum, dass ich einmal das Geflecht hier hinten über meinen Mantel ordentlich drüber stülpe. Wichtig ist, dass das Geflecht auf gar keinen Fall irgendwie einen Kontakt mit dem Leiter hier vorne haben darf. Und wenn das auch so weit passt, dann kann ich mal meinen F-Stecker zur Hand nehmen, diesen von vorne hier auf meinen Mantel drauf geben. Vorsichtig im Uhrzeigersinn eindrehen, denn dadurch geht das Ganze dann auch viel besser drauf. Und das mache ich jetzt einfach so lange, bis hier vorne mein weißes Dielektrikum vorne anstößt und noch ca. 1mm von diesem Leiter nach vorne rausschaut. Dasselbe Spiel machen wir mit unserem zweiten Kabelende auch. Ich mantel das Ganze mal auf 7mm ab, drehe den Abmantler um und schaue, dass am Ende noch 5mm von meinem Schirmgeflecht übrig bleiben. Stülpe es ordentlich mit Gefühl nach hinten über meinen Mantel drüber und kann zum Schluss von vorne meinen F-Stecker wieder leicht aufschrauben, so dass am Ende das weiße Dielektrikum vorne auf jeden Fall anstößt und noch ca. 1mm von dem Leiter vorne rausschaut. Die Stecker sind fachgerecht vorbereitet und als nächstes muss ich einfach mal meinen Verbinder auf der einen Seite hier schon ganz einfach draufschrauben. Und dann kann ich nämlich auch schon mit meinem zweiten Stecker von der anderen Seite das Ganze ergänzen. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon so ein Koaxialkabel mit einem ganz einfachen Verbinder verlängert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein SAT-Kabel, einen F-Stecker, so ein Verbinder hier oder auch ein Abmantelwerkzeug zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.